Meine Güte, ich hab sowas von das gefährliche Gefühl. Nehmt diesen Punkt ein, verdammt! Ich kann's nicht gebrauchen, dass ich jetzt auch noch von den Türmen hier angegriffen werde. Mein Lord, ihr Turm gehört euch! So, weiter drauf schießen. Könnt ihr nicht den Tor, äh, das Tor hier einfach anzünden? Eine Einheit flieht vom Schlachtfeld, mein Lord! Ist das ein Wunder! Unsere eigene KI mal wieder zu dumm ist, da was zu checken. Und weil die beiden Bombardements überhaupt nicht, äh, geklappt haben. Zieht euch zurück, ihr Schwanzlutschen-den-Arsch-Gesichter. Sind die auch noch zu dumm zu werfen, oder was? Könnt ihr auch hier hochklettern, Jungs. Kackt darauf. Kackt darauf, was mit euch geschieht. Halt! Soldaten! Bleibt da stehen! Ihr müsst euch gruppieren! Ihr müsst euch gruppieren! Erstmal... Erstmal... Normal aufstellen. Irgendeine Formation, wie auch immer. Oh, Gott! Da haben sie auch noch Infanterie! Alter Schwede, wir können die Schlacht vergessen! Ach, und jetzt kommt die auch noch hier, um uns in den Nahkopf zu verwickeln. Schöne Sache. Schöne Sache. Ihr seid solche Wichsköpfe. Pardon, dass ich jetzt so ausfallen werde. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf das... ...ganze Getue hier von ihnen. Alter, das ist doch scheiße, dass sie zu dumm sind zum Kämpfen. In der einen Schlacht klappt es prima. Und in dieser Schlacht klappt es halt nicht. Und mit nicht meine ich überhaupt nicht. Ach, und die stehen hier auch noch. Schön. Schön klasse. Ach ja, das macht Spaß! So will ich das haben. So will ich das haben. Eine KI, die zu schlau ist. Und Einheiten von einem selber, die zu dumm sind. Vielleicht liegt es auch an meiner taktischen Führung, aber das ist totaler Bullshit. Ich kann mich eigentlich gleich einbuddeln lassen. Klettert dort hoch. Der Verlust des Generals hat die Moral eurer Männer stark getroffen, mein Lorch. Warum sind denn die zu? Die Veteranen kämpfen hier im Nahkampf gegen den Feind. Die Händen kämpfen mit Neulinge. Auch gleich im Nahkampf gegen den Feind. Sind aber jetzt alle am fliehen. Schön. Am flüchten. Wie viele Einheiten, die noch haben. Warum sind die Einheiten eigentlich da unten? Es fällt auch noch die Hälfte runter. Eure Männer fliehen, Lord! Ja, mehr. Ich möchte gar nichts mehr wissen. Ach, wir haben verloren. Leute! Eine glorreiche Schlacht endet langsam, aber sicher. Mit Vorteil für den Gegner. Schreibt mir gerne, wie dumm und beschissen ich bin, wenn ich verliere. Doch, es ist einfach so. Man muss auch mal eine Schlacht verlieren. Und das war auch eine relativ ausgeglichene Schlacht eben. Eure Männer fliehen, Lord! Die fliehen nicht. Doch, sie fliehen. Teurer, feindlicher Sieg. Der Feind hat gewonnen, doch zu meinem harten Preis. Das Schlachtfeld ist von seinen Toten überseht. Gefecht beenden. Gegnerische Agenten lassen sich durch Attentate aus dem Weg räumen. Wählt ein Ziel aus... Ach. Ihr könnt selber lesen. Ich habe momentan keine Lust dazu. Eine epische Schlacht wurde geschlagen. Und ich bin sauer. Aber wie ich bereits gesagt hatte... Eine Schlacht... ... wird auch mal verloren. Auf Kommando bei einer Verteidigung. Nackermangriff für die Leitwache. Das ist richtig. Und... Was wollen wir? Zerforschungsrate von Technologien. Fähigkeit auf Kommando. Ja, nehmen wir das. Und... Und... Ja... Meine Freunde... Ich muss leider... Diese Runde... Beziehungsweise besser gesagt... Diese Aufnahme... Beenden. Es ist... Eine großartige Schlacht gewesen. Für den Gegner. Für mich eher nicht. Überhaupt nicht. Skotten. Und... Ja... Wir werden uns in den nächsten... Aufnahmen darum kümmern... Diese Stadt hier trotzdem noch einzunehmen. Denn ich bin guter Dinge... Dass wir das auch schaffen können. Wenn wir dann genügend Einheiten hätten. Deswegen... War ich nochmal hier... Dreimal Linieninfanterie... Wegen der Sicherheit. Zur Ausbildung. Also... Bis... Zum nächsten Mal. Und... Ciao.